Das Ding ist die Formel 1 bei diesen Fahrzeugen. Das ist so. Und trotzdem wesentlich sicherer. Wer bei der Bion-Entladung viel Wert auf einen hohen Seitenschutz legt, der bekommt mit dem EAEI das größte Fahrzeug, was man so kriegen kann. Da jede Lithium-Ionen-Batterie nicht aus einer Batterie besteht, sondern aus vielen, vielen Zellen, haben wir die Möglichkeit genutzt bei dem Fahrzeug, zwei Module einzubauen, rechts und links neben dem Antrieb. Die Vorteile der Lithium-Ionen-Technologie sind natürlich ganz klar gegeben und die gilt es dann auch entsprechend nutzen zu können. Also zum Beispiel die deutlich bessere Energiedichte heißt, ich kann auf einem vorhandenen Bauraum deutlich mehr Energie speichern. Das führt dazu, dass Fahrzeuge immer kompakter, immer kleiner werden und das ist ein echter Kundenvorteil. Ich muss heute nicht mehr wählen, brauche ich einen hohen Seitenschutz, brauche ich kompakte Abmessungen oder eine räumliche Plattform, sondern das Fahrzeug ist einfach kompromisslos. Ja, ich kriege alles drei.